Der CEO von NVIDIA hat ja gesagt, bringt euren Kindern nicht mehr Coden bei. Hallo Lieben, ich hoffe es geht allen gut. Jetzt, was hat er gesagt? Coden. Das heisst verschiedene Codesprachen, zum Beispiel C Sharp, C Sharp Sharp, Java, HTML5, HTML. Muss man nicht mehr lernen, weil man der KI sagt, oder der AI, zum Beispiel bauen wir eine Internetseite für das und das Thema, mit dem und dem Design und los. Und dann baut er das innerhalb von Minuten. Dann nimmst du diese Seite, tust sie deinem Kunden verkaufen und bist reich unter Umständen. Sicher nicht. So, passiert jetzt schon. Achso, wenn ich ein Problem habe beim Coden, dann frage ich nicht einen Mensch, sondern frage ich ChatGPT oder Google Gemini. Hey, schau mal wo der Fehler ist bei diesem Code. Weil sonst verlierst du ja wirklich viel, viel Zeit unter Umständen, die du nie mehr reinholst. Aber das Problem ist gelöst und weiter. Und du kannst noch fragen, wo der Fehler lag und das wird sehr erklärt. Also, wie cooler ist das noch? Also, es gibt nicht mehr cooler. Aber ich finde auch schon, CapCut finde ich schon richtig cool. Also, es hat viele, viele gute Funktionen, die auch in die Tiefe gehen, wo man alles schön noch einstellen kann und so weiter. Also, für gratis, hey. Das gäbe es früher nicht. Ich meine, früher, 15 Jahre, 20 Jahre, da musste man noch alles kaufen. Kaufen, nicht tracken. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Dienstagabend. Bye, bye.